Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema und das ist eine Frage, also haben wir heute eine Q&A mit der Frage, hey, wie viele Geschäftsmodelle brauche ich denn eigentlich in meinem Unternehmen? Spannende Frage und ich glaube auch heute ein paar inspirierende Ansätze für euch zu haben, wie ihr euer Geschäftsmodell oder die Vorstellung eures Geschäftsmodells vielleicht nochmal völlig neu überdenken könnt. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn aus SMART genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Das Thema Geschäftsmodelle ist eines so meiner interessantesten Fragen, die ihr mir stellen könnt. Warum? Weil das natürlich immer eine ganz individuelle Geschichte ist, eine ganz persönliche Geschichte ist und natürlich auch sehr abhängig vom Unternehmen selbst ist. Während man sich zum Beispiel als Startup in der Regel auf ein Geschäftsmodell positioniert oder ausrichtet, ist das natürlich bei etablierten Firmen, Firmen, die es einfach schon ein bisschen länger gibt, nochmal eine ganz andere Geschichte. Denn je komplexer eure Unternehmung, eure Organisation ist, mit komplexer meine ich verschiedene Fachabteilungen, Marketing, Vertrieb, das Thema IT, desto interessanter ist das Thema Geschäftsmodelle. Denn dann habe ich auch verschiedene Geschäftsmodelle. Das bedeutet, aus der Rolle eines CDOs, eines Chief Digital Officers sprechend, bedeutet das, wir gehen in die Unternehmensabteilung, in die Fachabteilung rein und schauen uns an, inwieweit der Prozess mit einem eigenen Geschäftsmodell verknüpft werden kann. Um das ein bisschen plastischer zu machen, um ein bisschen konkreter zu werden, nehmen wir das Thema Marketing. Du hast eine Marketingabteilung, das kann eine Person sein, das können 30 Personen sein, völlig egal. Und diese Marketingabteilung gibt dir in der Regel Geld aus, investiert. Nehmen wir das Thema Facebook Ads, Google AdWords und so weiter und so fort. Anzeigen gibt es ja auch noch heute, die geschaltet werden, welcher Form auch immer, ob digital oder analog. Es ist ein Invest in deine Sichtbarkeit. Aber die Frage, und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, inwieweit kann das Marketing zum Unternehmenserfolg, zur Verbesserung oder Steigerung deiner Unternehmensergebnisse beitragen? Und das bedeutet, wir müssen die Frage stellen, welches Geschäftsmodell kann ich in mein Marketing reinbauen, dass ich vielleicht eine Refinanzierung meines Marketingbudgets habe oder vielleicht sogar ein echtes Profitcenter. Und ein Angebot jetzt einfach mal als Inspiration für euch ist, und das muss man, wie gesagt, für jede Company einfach separat beleuchten. Denn ihr könnt, wenn ihr Content produziert, beispielsweise im Podcast, so wie ich das jetzt hier mache, dann könnt ihr diese Marketingmaßnahme, ja, ist ja eine imagebildende Maßnahme, auch für den Vertrieb nutzen. Ihr könnt zum Beispiel Produkte anbieten im Podcast. Ihr könnt euch Sponsoren suchen für einen Podcast. Ihr könnt aber auch eure Wunschkunden einladen zu einer Talkrunde in eurem Podcast, um eine Beziehung aufzubauen. Und dann merkt ihr schon, der Podcast ist viel mehr als nur ein Marketinginstrument. Es ist viel mehr als nur Contentproduktion. Es reicht rein in den Vertrieb und deswegen ist es so wichtig, im Unternehmen eher über Vermarktung nachzudenken, also Vertrieb und Marketing zu merchen, zu verschmelzen, zu einer Vermarktungseinheit, die durchaus von auch zwei Leadern betreut werden kann. Der eine, der eher so auf das Thema Marketing geht und die andere, die eher so auf das Thema Vertrieb geht. Aber zusammen macht man Vermarktung, weil dieser Synergieeffekt, den ihr damit erzählt, der ist natürlich Gold wert. Der ist natürlich super interessant für das Unternehmen selbst. Und das ist ein Umdenken, zu dem ich dich so ein bisschen inspirieren möchte heute mit dieser Podcast-Folge, weil es aus meiner Sicht enorm wichtig ist, nicht nur zu investieren im Marketing, sondern eben auch über das Vertriebliche nachzudenken. Inwieweit habe ich ein Geschäftsmodell, was ich anwenden kann, was ich anbieten kann, was ich weiter nutzen kann. Andere interessante Geschichte, nehmen wir mal die IT-Abteilung, um nicht immer nur Marketing und Vertrieb unterwegs zu sein. Denn die IT-Abteilung entwickelt eine Applikation, entwickelt einen Digitalprozess. Und dieser Digitalprozess hat natürlich für das Unternehmen einen unternehmerischen Wert. Stellt euch vor, ihr habt einen Ablauf, der bisher sehr aufwendig, sehr kompliziert, vielleicht sogar noch mit Papier und Formularen funktioniert hat und den digitalisiert ihr. Ihr entwickelt eine eigene Applikation. Ihr habt eine eigene Software am Ende. Die natürlich auch wieder interessant für andere Unternehmen im B2B-Umfeld sein können. Auch das lässt sich auslizenzieren. Das heißt, eure IT-Abteilung hat ein eigenes Geschäftsmodell, nämlich die Auslizenzierung der Software, die ihr über Jahre entwickelt habt, absolut innovativ ist natürlich, und anderen Unternehmen genauso helfen kann. Das heißt, ihr entwickelt in eurem Unternehmen, Beispiel Podcast, Beispiel Software, Assets, die ihr weiter verkaufen könnt. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die Geschäftsmodelle in der Regel mit eurem eigentlichen Geschäftsmodell, weil ihr zum Beispiel eine Immobilien-Company seid, Bauunternehmen, gar nichts zu tun hat. Darauf kommen aber die wenigsten. Und deswegen heute diese Podcast-Folge. Es geht nicht nur um dein Geschäftsmodell, was du dir irgendwann mal, weiß ich nicht, in deine Gewerbeanmeldung eintragen lassen hast oder mit dem du mal als Start-up angetreten bist, sondern alle im Unternehmen, alle Führungskräfte im Unternehmen sind aufgefordert, die Geschäftsmodelle in ihrem Bereich, in ihrer Abteilung, in deinem, eurem Unternehmen zu entdecken und zu entwickeln. Und dann hat das natürlich nochmal einen durchschlagenden Erfolg. Das heißt, du kannst deine Unternehmensergebnisse unter Umständen, je nachdem, was es für Geschäftsmodelle sind, bis zu 50% steigern. 50% Steigerung deines Gesamtergebnisses durch zusätzliche Geschäftsmodelle in deinem Unternehmen. Und das ist ein Potenzial, was die wenigsten nutzen und was die wenigsten heben im Unternehmen. Und man muss gar nicht so groß sein als Unternehmen, um das für sich zu entdecken, auch als Einzelunternehmerin oder als Einzelunternehmer, Speaker, Berater, Coaches oder was auch immer, genau dort sind eben auch mehrere Geschäftsmodelle möglich. Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst, ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmen und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Dort haben wir nur die kleine Herausforderung, dass wir uns natürlich in der Positionierung auf eins ganz besonders konzentrieren und dann, ich nenne das Projektentwicklung, zusätzliche Projekte als Satelliten entwickeln könnt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du bist Speaker zu einem bestimmten Thema, du stehst auf der Bühne, dann wirst du auch zu diesem Thema gebucht, weil deine ganze Kommunikation sagt, ich biete meine Leistung als Speaker oder Speakerin an. Und die Assets, die du dann aber trotzdem hast, wie zum Beispiel ein Podcast oder wie zum Beispiel ein, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein besonderer Prozess, eine eigene Applikation oder ein Plugin für irgendwas, das sind dann zusätzliche Einnahmequellen, die du für dich erschließen kannst, weil das auch andere gebrauchen können und bereit wären, dafür zu bezahlen. Projektentwicklung ist übrigens, und damit will ich die Podcast-Folge so ein bisschen abrunden heute, Projektentwicklung ist für mich so ein hochkreativer Prozess, weil du reagierst nicht auf einen Bedarf von außen, sondern du entwickelst diesen Bedarf aus deiner Erkenntnis heraus. Das heißt, du entdeckst irgendwie einen Prozess, ein Unternehmen, einen Markt, eine Zielgruppe und deren Bedürfnisse und Engpässe und entwickelst ein Produkt, äh, Produkt, ja, geht auch, aber ein Projekt für dich so erstmal alleine, konzeptionell, gedanklich. Und dann überlegst du dir, okay, wen brauche ich dafür? Und dann setzt du dieses Produkt selber auf. Das heißt, du brauchst jetzt nicht warten, bis du als Speaker gebucht wirst in Corona-Zeiten, weil das wird dann nichts, weil keine Bühne gerade geöffnet ist, ja, sondern du entwickelst ein eigenes Projekt, in dem du diese Idee, von der ich gerade sprach, also in der abstrakten Vorstellung jetzt hier bei uns, anbietest und sagst, hey, habt ihr nicht Lust, mit mir an diesem Thema zu arbeiten? Und daraus kann was ganz Großes werden. Daraus kann deine eigene Projektgesellschaft beispielsweise werden. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, was können wir zum Beispiel im Bereich Startup und Gründer tun und haben uns da ein Konzept überlegt und jetzt entwickeln wir eine Software und jetzt kann ich mit einem kleinen Pitch-Deck schon erste Investoren suchen, erste Kooperationspartner suchen, ja. Und das hat mit unserem eigentlichen Business gar nichts zu tun, aber ich kann das zum Beispiel einer Gruppe von Studenten geben, die das dann weiterentwickeln und so weiter und so fort. Also das sind so Satelliten, wichtig ist, dass du daran glaubst. Wichtig ist, dass du diese Projektentwicklung bis zu einem gewissen Grad initiierst, aber dann operativ nicht selber führst und das ist wichtig. Also relativ schnell ein Team aufbauen und das Ganze in dieses Team, vertrauensvoll in dieses Team geben und dann darauf hoffen und dann eher so parallel, so als Wingman parallel begleiten und zu sagen, okay, wenn ihr Support braucht oder einen Mentor, dann bin ich an eurer Seite, aber ihr müsst halt auch allein laufen zu diesem Thema, weil ich bin ja noch offiziell in meinem Speaker-Business unterwegs. Also das wäre so der Part Projektentwicklung. Bei größeren Unternehmen würde ich eher von Inkubatoren sprechen, also eigenen, ja, geschaffenen, geschützten Räumen, also virtuellen Räumen können auch physische Räume sein, in denen ich Teams aufbaue und diesen Teams oder die SEM-Team, man fängt ja in der Regel mal mit einem an, sagt hier, das ist unser Ziel, das ist unser Budget, das könnt ihr verbrennen, ihr müsst euch nicht erklären, ja, wenn das alles irgendwie nicht funktioniert, dann ist das halt so, das ist Geld, was abgeschrieben ist, aber in diesem Inkubator könnt ihr erst mal diese Idee reifen lassen und das ist natürlich ein großer Gewinn, weil die Mitarbeiter, die sich dort einbringen, die haben natürlich einen starken Impact auf das Ergebnis und meine Erfahrung ist, dass die das Budget wirklich verteidigen, weil sie es ja nur das haben, ja, selbst wenn sie sich dafür nicht rechtfertigen müssen, ist es nicht so, dass das irgendwie verschleudert wird oder irgendwie sinnlos ausgegeben wird, sondern es wird wirklich sehr genau in diesen Inkubatoren entschieden und gesagt, wofür wird das Geld ausgegeben beziehungsweise investiert, um das Ziel zu erreichen, das ist natürlich klar, ja, also das wären dann eher so Projekte, die in solchen Inkubatoren entwickelt werden, aber mit eigenen Geschäftsmodellen, die mit dem eigenen oder ursprünglichen Geschäftsmodell des Unternehmens nicht unbedingt was zu tun haben müssen. Mein Tipp für dich, schau mal in dein Unternehmen rein und versuch mal mit diesem Podcast zu entdecken, ob es das ein oder andere Geschäftsmodell gibt oder Projekt oder Vorhaben gibt in deinem Unternehmen, wo du sagst, hey, darauf hätte ich Lust, das ist ein Asset, das ist wertvoll für andere und dann probiere es mal anderen anzubieten, einfach mal zu sagen, hey, schau mal her, das haben wir entwickelt, was hältst du davon, könnte das für dich interessant sein. Einfach viel ausprobieren. Das ist der iterative Prozess, von dem ich immer rede, viel lernen, viel ausprobieren und schauen, was am Ende passiert. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, eine Q&A hier mit uns zu bestreiten, kannst du uns gerne eine Audio schicken mit deiner Frage oder einfach einen Text, wie jemand das so macht. und dann werde ich darauf antworten und freue mich jetzt schon auf die Impulse und Anregungen. In diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat oder dieser Podcast, freue ich mich natürlich über deine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify und jetzt machen wir das Beste aus diesem Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao. , ciao.